ja die johle ich bin es wieder markus von Lappen GmbV ich bin heute wieder Wobentolver 2 mit den Römern und wir haben Müll essen mal wieder 32 Uhr Christus haben unsere Ziele in Sichtweite England ist unser nächster Schritt also in dieser Schritt ist hier die germanische Konferenation zu besiegen und danach Armenien uns einzunehmen also haben wir Tuschba und Asamosota ja wir haben die die Nabitea vernichtet das wir auch eingenommen haben ähm ja ja die Armeen werden hier nach Ding gehen Ding zu euren Diensten nach Armenien habt ihr noch weitere Befehle ist Schluss der geht mal dahin ähm ja sorry Model der werde ich erstmal hier Dura und Hatra einnehmen wenn ich dann nach Armenien gehe aber ich werde wahrscheinlich erst Britannien erobern wollen aber naja ich bin mir nicht sicher ob ich erst Galatien oder England ähm ja genau da haben wir hier glinische Armeen äh äh ja was haben wir denn letztes Mal gemacht wir haben Kastoges eingenommen und und hier Hauptstadt Kastoges ja ja die sie gesagt ja der aktion ja ja die parkus haben wir erobert auch noch genau weil naja egal das mutter noch gute öffentliche ordnung da haben wir hier wo da haben wir egal ist es ist es nicht tot ist 68 hat nicht viel gemacht das ist eine beförderung oh ein bisschen hier Förderung nennen. Oh, er fiel hier zu fördern. Äh, nicht viel Fodom erst, Alter. Was ist denn los, ey? Alter, wie viele Förderungen! Wie lange haben wir das nicht mehr gemacht, ey? WTF? Markus Antonius. Hab ich jetzt alle? Hä? Ephesus. Hekra. Guck mal, was ist das? Wo ist denn der? Quintus Minitius Cthulhus. Zu euren Diensten. Ähm. Ähm. Ich hab und hierhin einfach das 18 ist jung. Haha. Okay. Ah, da haben wir noch. Und das blablabla. Was? Oh, zum Falsch. Hätte ich doch lieber nicht machen sollen. Bereit zum Kampf! Was? Was? Lägeramanten! Was? 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 Oh Ist das dann etwas praktisch zu SCHI-Kundinsten? Bereit zum Kampf? Octarius. タイ Originos! mm mmh Voilà. Nächster wird Blue Dogge sein, so wie das aussieht, ne? Kann ich euch behilflich sein? Ich werde mich darum kümmern. Jo. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Sieh, ne? Mhm. Unsere weisen Frauenha- Mein Ehrbarer Herr heißt mich- Ich發el mich wieder. Ich hab dich in der Ferne hörte. Ich hab dich in der Ferne hörte. Und du? Ja, das war ein Fertig. Okay, und du? Ich hab dich in der Ferne depending auf den Ferne hörte. Und ich nöte lieber die Ferne auf dich. Wenn du dich durchfüllen musst, So, ja. Zu euren Diensten! Angriff! Warum? Ich erwarte! Vereilt euch Männer! Haltet die Feindlinge! In Bewegung! Was nennt ihr eine Garnison? Steht wachen auf! Kann ich euch behelflich sein? Ich erwarte eure Befehle! Das nennt ihr eine Garnison? Was? 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 Ja! Angriff! Ja! 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 Die Garnison! Bereit zum Packen! Okay. Zu euren Diensten! Wie kann ich euch dienen? Niemand wird meine Anwesenheit bemerken. Noch ist Zeit. Kann ich euch behilflich sein? Ähm... Die Flotte meldet sich! Langsam in dem Hafen! Warum leckt das jetzt? Oh, wie zu Fremdrecher! Ähm... Naja... Naja... Ah, die hat Korsika... Warum reg' ich tut? Ähm... Leukum... ...weil sie haben jetzt jetzt wieder... Hm... Hm... Boah, Alter! Das ist ein Frame-Einbrücher, ne? Kommandant! Das können wir nicht tun! Bewegt euch, ihr Halunken! Bereit zum Kampf! Tchaik! Oh, wo ist gleich! Tchaik! Ja! Tchaik! 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 Malve. Da war ich hier. Nein. Die habe ich schon wieder geschickt. Okay. Machen wir weiter. So. Ein nettes Bulldog ist einzunehmen. Es ist an der Zeit. So. 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 Oh, ja, ja geil. Ich erbaute eure Befehle. Krass! Jo. So, ähm... Mein Volk hört euch zu. Mögen mich alle nicht, eh. Kthule mögen mich sehr. Dann mögen mich nicht. Ihr habt meine Aufmerksamkeit, aber... Der Sieg ist aber anders, er kommt nicht hier laut. Ist ja... Ist schon irgendwie... Zu euren Diensten! Erfüllt eure Schlitten, Männer! Das ist voll stark, ey, die Rebellen, ey. Die leisen Schritte sind. Kann ich euch noch behilfen? Kommandant! Bereit! Zuckab! Wir suchen Zuckab! 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 Wir suchen nach meiner Schlaf! Aber, ne. Die, wenn ich die angegriffen, sind die nicht dabei, ne? Mein Können steht euch zur Verfügung. Ich finde gefallen an Sabotage. Ich habe nicht mehr Sagen. Kommandant! Ich bin ein Diener des Blumen. Ich bin ein Diener des Blumen. Der kommt ja nicht an. Führ um! Arsch! In den Kopf! Ja, ok. Brauchen wir nicht. War ich das erste Mal gesehen? Tschaller Sieg. Ich erwarte eure Befehle. Wer stürzt wird zurückgelassen. Kehrde was. Zu euren Diensten! DER NÖ Nicht die schon? Kann ich die bewegen? Die kann ich bewegen Die flotte Männ, die Schiffe zum Haft! Die flotte Männ, legt euch ins Zeug, Männer! Ja... Okay... Mir fällt wieder ein, dass ich... Wie vergessen habe, die Zeit zu stellen, aber hey... Improvisieren... Ah, okay... Ah, die habe ich voll vergessen! Ja, ja, Rodas... Das ist ja... Kommandant! In den Kampf! Ja, okay, man ist ein Schacker... 72, Angriff... In Bewegung! Löstung 88... ZERSTÖRT SIE! ZERSTÖRT SIE! Ja! Das ist ja genau Bellen oder sowas. Was nennt ihr eine Garnison? Marschiert bis euch die Füße bluten und dann marschiert weiter! Pfff! Was haben wir schon mal? Was? Pff! Pff! Gefallen an Sabotage. Wir hunger nach einer Schlappe. Ich erwarte weitere Befehle. Bereit zum Kacken. Spasten, Alter. Wie kann ich euch dienen? Ich werde mich darum kümmern. Boah, das kann die eigentlich, Alter. Die ist so schlecht, Alter. Das ist viel Stern und schaffst das nicht, die Spacken da. Untertitelung des ZDF, 2020